Damit Servus und herzlich Willkommen zurück zu WoW, World of Warcraft mit euren Helden Ninja, Ninja und meiner Wenigkeit Lux Reno Ja, und wir sind hier letztes Mal in Moonbrook stehen geblieben oder wie heißt es auf Deutsch? Mondbruch Mondbruch Und fangen wir jetzt mal an zum verwaisten German zu gehen Ja, jeder Tag ist ein Segen Betrete das Versteck der D4s und folgt Wie auch immer, wir haben es ja auf der Karte markiert von daher Wird lesen in WoW inzwischen überbewertet Versteck der D4s, werden wir jetzt auch in die Todesminen gebracht, Nehme Erstmal rein Hm Folgt dem Zug der Heimatlosen zum Eingang Oh Tische Auge Was für einem Zug sollen wir denn hier folgen? Dem Zug der Heimatlosen, ja, aber hier ist keiner Oh, wer ist er denn, Junge? Das ist der Weise Junge Der wurde später denn zu dem Dränei-Schamanen Ist aber schon eine krasse Mutation, oder? Von einem Menschenkind zum Dränei-Schamanen Ach, zum Zug, weil die hier bestimmt so rumsitzen wie eine Kette Jetzt hab ich so'n verschissenen Ohrwurm Ähm Hinter mir? Ich bin hinter dir Immer an der Arsch Guck mal, da hinten müssen wir doch was töten Ne, müssen wir nicht, ist nur rot Zinn-Ordar Ich glaub, aber der Weg ist falsch Guck doch mal auf die Map, wo wir hin sollen und guck mal, wo wir sind Hm Bist du reingelaufen? Ja Bist du? Ja Gut, Ladescreen So So Jetzt, verwende dein Item Ähm, den komischen Wind, wa? Ja, hab ich Achso Vor fünf Jahren im Herzen der Todesmine Ja Ja, da war eben sowas anders drüber Und jetzt sind wir ja schon am Ende bei von Cleve Vision der Vergangenheit Guck mal Goblin Schiff Aber da war Krümel Wo ist Krümel? Da steht er Der ist tot Das ist der Tod Oh, Magierin der Allianz Schurke der Allianz Priester der Allianz Krieger der Allianz Ist hier eine ganze Instanz Gruppe Ja, das soll das wahrscheinlich darstellen Einfach Wir brauchen aber ganz schön lange für von Cleve, oder? Hälfte haben sie Ja Ach man Uuuuhuuu Echt ein bisschen abküssen könnte Sag ich ja Schön, dass sie nicht nur die Ads vorher erstmal kaputt gemacht haben Da kippt er endlich Edwin von Cleve Rump für Sturmwind Ups Voll auf so eine Instanz Gruppe ausgelegt das Ganze So und jetzt? Ups Steine Tochter da Wo ist wessen Tochter? Na Na unten Achso Ach stimmt Da ist ja jetzt diese Tussi war im Heroic Modus Die da oben an der Kante sitzt Oh Okay, das war's Jetzt können wir wieder raus? Äh, ja Ich bin jetzt raus 89er Mensch Jäger Kann uns ja ziehen Hihihi Hihihi So und breit Guck mal, Hogger müssen wir ja auch noch abgeben Wo war'n das? Ein Sturmband, oder? Goldhain 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 Schönes Yummy Eis Jetzt mit Eilikör Boah, es ist so dunkel hier Ich hab gar nichts Mit dem Licht hier Na stell doch den Gamma höher Den Gamma Wert Nur wegen dem Licht Wegen des Lichtes Ah, Drossen Drossen, Sonne Uh, bewölkt Ein Glück regnet's nicht Äh, wir müssen zur Speerkupper Jetzt können wir mal links unten zum Turm, wollen wir? Jetzt sind wir ja hier Na klar Na komm Na komm Luxor Rino Was ist denn das für ein riesen Schwein? Ja Oh, du hast da was Nöten Ist doch ja auch nischt Aber wo ist mein Köter? Meiner war auch mein Ding ins Elemente aber auch weg Ich musste mal holen Bestimmt wegen Instanz und so Winz Nur mein Winston ist nicht weg gewesen Toll Und ich kann eigentlich auch mal wieder ein Tierchen rausholen Du hast doch ein Tierchen draußen Ja boah Oh mein Gott Ja ist ja gut Ist doch gut jetzt Ist doch gut jetzt Ist doch gut jetzt Ist doch gut jetzt oder was? Ja Heldenaufruf Die Quest Ja Wald von Elven Westfall Ja, ich hab da bestimmt Ja, Heldenaufruf Okay Meldet euch bei Wachhauptmann Parker Wo ist denn jetzt mein Ballon hin? Ach man So, bewahrer der Flammen Hier ist er schon, hier ist Trübauge Ja, nur warte mal Ich hab noch gar nicht alle angenommen Jetzt Der Eier da schon da rum Äh, hä? Brack, da ist auch ein Brack Ach das ist ein Rearmob Ich nehm den Rearmob Bam Wie wir sie alle umgeklatscht haben hier Ach hier, Murlocs brauchen wir jetzt auch noch Wie viele Quests haben wir jetzt hier schon beendet? Waren nur mindestens fünf oder? Von den dreien Hä? Von den dreien? Verstehst du? Nein Okay Hopp, lookern Oh, da ist Trübauge schon wieder. In der Arsch. Wenn ihr mich verarschen, sie pullt und ihr greift mich an. Kacklappen. Wir können ja immer hier die Quest abgeben, wenn wir wieder kommen. Das ist ja bestimmt Respawn, ja. Aber wir haben kein Öl. Was für Öl? Die Schluchtenschlamm. Schluchten-Scheiße. Für den Scheiß her? Von da, oh nö. Oh nö. Machen wir nicht. Bam, 3000 XP ist ja fett. 3300. So. Ein Möller-Gezeitenjäger. Wenn nicht, glaube ich, sind die Viecher auch an der ganzen Küste verteilt. Weil da ist noch kein Respawn. Doch, da hinten ist was. Das ist ein Orakel. Das ist ein Orakel. Das ist ein Orakel. Das sind die Gezeitenjäger, die rothaarige, oder? Oh, keine Ahnung. Oh, Trübe-Auge wieder. Oh, da. Brauchen wir doch nicht. Ähm. Wo müssen wir denn sonst? Guck mal, wir müssen doch... Naja, wobei... Find Captain Sander Schließkassette. Wollen wir uns dann auf den Weg machen, weil Ärger an der Küste ist? Ist das hier auch abzugeben am Leuchtturm? Ja. Geh mal kurz in die Richtung. Guck, ob hier noch was ist. Aber ich glaub nicht. Nee, dahinter ist nichts mehr. Da kommt nur ein Steg mit nischt. Dann geht's ja schon in den Schlingdown-Tal über. Ja. Ich bin außer Reichweite. Hm. Wir warten kurz. Ja, warten wir kurz. Und ich erzähl' euch einen Witz. Du musst Luke sauber stehen bleiben. Das hört man eh nicht, glaub ich, weil's zu leise ist. Ah, den hatten wir letztes Mal schon. Ja. Haha. Voll lustig. Der war ja lustig. Ich hab vergessen zu lachen. Guck mal, hier ist ein Dixi-Klo. Oh, Mann. Kurz mal keken gehen. Oh. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ist jetzt ein Respawn da? Ne, oder? Was ist das für ein kack Respawn hier? Ich glaube, er kommt alle zwei Sekunden. Den habe ich schon wieder umgebracht. Hm. Dass du mal dieses Orakel ja auch relativ schnell wiederkamen. Ah, kann nicht dauern. Doch, na klar. Ah, komm mal hier hin. On my way. On my way. Alter, willst du mich verarschen? So ein kleines Viech hat hier Level 13. Was sagst du denn? Hier ist noch einer. Ja, Moment. Ich bin noch schon da. Kannst du ja schon mal töten. Uferkrebs. Hast du? Jo. Gut. Dann abgeben. Gehen wir ab. Gehen wir ab der Rein, ab der Rein, ab der Rein. Danach machen wir Captain Sanders' versteckter Schatz und bewahre der Flammengelle. Ja, wenn's sein muss. Nö, es muss nicht sein. Dann müssen wir schon wieder hier unten hinlatschen um es abzugehen. Und blaaa. Und blaaa. Und blaaa. Juhu. 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 Level 16. Es fehlt nicht mehr viel. Ja, dann sind freigeschaltet. Burg Schattenfang. Adlerauge. Juhu. Juhu. Wölfert erreicht Stufe 16. Juhu. 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 Müsste ich auch erst auswählen. Dann habe ich keine Rolle gewählt. Aber wenn ihr uns diewende in den nächsten Mal im Dungeon sehen wollt! Falls es dann klappen sollte, können wir das nächste Mal probieren. Ja. Ja. Schalt gerne zur nächsten Folge wieder ein. Damit verabschieden wir uns erstmal von euch. Hoffentlich das hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Dunsın in den Kommentaren. Wie auch immer dann sagen wir erstmal reingehauen! Bis!